Hey Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und heute habe ich was ganz besonderes für euch vorbereitet. Und zwar gehen wir heute mal ins World Wide Web und wir sind jetzt hier offiziell am Fernseher von YouTube Gamescom und ich sollte doch mal meinen Bildschirm putzen, da der total verstaubt ist. Und das seht ihr glaube ich auch auf dem Bildschirm, dass da viel Staub ist, aber ist auch egal jetzt, weil wir wollen ja ins World Wide Web und da kommt man aber mal mit. Ich zeige euch mal, wo das hingeht hier, das ist das World Wide Web. Und wir gehen auf den YouTube-Kanal Der Junge Zocker und es hat sich natürlich auf meinem YouTube-Kanal vieles geändert. Natürlich habe ich den Banner geändert, das ist das Erste. Der Schmutz geht übrigens weg hier. Den Banner habe ich geändert. YouTube Gamescom, hier sieht man ihn. Ist ein bisschen schlechte Grafik, der Banner, aber ich habe endlich meinen Gamertag, meinen Status-Symbol sozusagen, reingemacht. YouTube Gamescom, super. Finde ich sehr gut gelungen, das Foto. So, und hier haben wir auch meine neuesten Videos. Erst freue ich mich, dann raste ich aus von YouTube Gamescom, AV, PS4, Wingsweet Jump in GTA 5 von PS4 Zocker, YouTube Gamescom. Ein kleines Drohnen-Video, 15 Sekunden lang. Bestes erfolgreichstes Video, 112.000 Klicks. Das ist auch das Video, wo mich die meisten Leute erkennen in GTA. Manchmal, wenn ich GTA zocke, dann heißt es, ey, du bist doch dieser Junge aus diesem Video. Und da frage ich, was für ein Video? Ja, dieses Flugzeugvideo. Naja, bei 112.000 Klicks und bei 468 Likes, auch kein Wunder. So, das war damals das noch. Schaut es euch an. Tolle Zeit. Tolle Zeit war das. Ja, 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 euer YouTube Gamescom. Da habe ich noch so einen beschissenen Amazon-Link, keine Ahnung, was das ist. Nun ja, so sieht das auf jeden Fall aus. Fast 3.000 Abonnenten, vielen Dank dafür. Ja, die PS4, das funktioniert ja super mit dem Internet. Das kann man also nichts sagen. Ja, was haben wir hier noch? Irgendjemand hat mir geschrieben, dass ich dumm bin. Wer hat mir geschrieben, dass ich dumm bin? Füchse, Atemkühe zu töten. Du bist kacke. Was warst der hier? Du bist kacke. Tom Schmidt hat das geschrieben. Das ist er, Tom Schmidt, du bist kacke. Das hat er mir geschrieben, das gibt es ja gar nicht. Was soll der Scheiß? Was geht mit dir vor? Was ist mit dir los? Junge. Okay, das war's. Hoffentlich hat es euch gefallen und die Kamera hat nicht so stark gewackelt. Bis dann und ciao. Euer YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 4. Puh.